Herzlich willkommen bei der Firma Zenn Metallbau GbR. Wir sind ihr zuverlässiger Partner für individuelle Konstruktionen aus Alu, Glas, Stahl und Holz. Wir, das ist ein motiviertes und innovatives Team aus zwölf Mitarbeitern. In den jetzt schon fast 20 Betriebsjahren haben wir uns große Erfahrung und einen guten Ruf auf unserem Gebiet erarbeitet. Mit dem ersten Kundenkontakt beginnt ein Projekt. Weil wir wissen, dass der erste Eindruck entscheidet, nehmen wir uns für eine fachkundige Beratung und ein sehr eingehendes Kundengespräch viel Zeit. Danach erstellen wir ein detailliertes Angebot, passend zum jeweiligen Kundenwunsch. Dabei stehen wir mit 3D-Zeichnungen und 3D-Visualisierungen dem Kunden in der Entscheidungsphase zur Seite. Wenn der Kunde eine schlüsselfertige Ausführung wünscht, übernehmen wir gerne auch die Leitung der am Bau eines Wintergartens beteiligten Nebengewerke. Zu Beginn steht das genaue Aufmaß vor Ort, bei dem wir mit neuester Technik das Gebäude und das Gelände vermessen. Diese Koordinaten werden dann vom Techniker im technischen Büro in eine Werkplanung eingearbeitet. Nach einer Besprechung der Werkzeichnung und der Freigabe durch den Kunden wird dann die Auftragsvorbereitung gestartet. Nach dem Eintreffen der Profile beginnt dann der Produktionsablauf in der Werkstatt. Der Zuschnitt erfolgt an NC-gesteuerten Doppelgärungssäge. Die Daten werden über einen USB-Stick in die Maschine eingelesen und nach dem Schnitt wird ein Etikett als Identifikation des Werkstücks erzeugt. Nach weiteren Bearbeitungsschritten werden die Profile dann in der Montageabteilung zu einem Element zusammen montiert. Ein Wintergarten zum Beispiel wird immer komplett in unserer Werkstatt aufgebaut, um auch alle Bauteile für den Bauanschluss an das Gebäude fertigen zu können. Nur so ist eine saubere, schnelle und reibungslose Montage auf der Baustelle zu gewährleisten. Dann erfolgt die Montage vor Ort. Oft benötigen wir auch einen mobilen Autokran, um die schweren Bauteile und das Glas sicher positionieren zu können. Nach dem exakten Ausrichten des Wintergartenrohbaus beginnt die Fertigmontage mit dem Einsetzen der Verglasung. Beschattungen und sonstige Anbauteile werden ebenfalls gleich montiert. Nach dem Fertigstellen der Ausbaugewerke können wir dann zufrieden mit dem Kunden auf das gelungene Projekt anstoßen.